Du packst das, Ellie. Okay, fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Oh je. Ich glaube, wenn es so weitergeht, kann ich das Spiel relativ bald durchhaben sogar. Ich meine, allzu viel ist es ja nicht mehr. Gibt es noch irgendwas mit zum Looten? Haha, noch ein Comic. Ach so, okay, ich verstehe. Ich verstehe. So, das war's. Gras. Gras. Ich tue da echt so, als hätte manche Dinge noch nie gesehen hier. Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Ich finde es interessant, die sind jetzt alle hinter Ellie her. Aber Joel liegt einfach da, schwer verletzt. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Das ist natürlich zu offensichtlich hier alles. Na, ich spare es erst mal. Muss ich durch die Hütte durch, ne? Ja. Zwei Stück. Oh, Jesus. Von wem hat sie... Hä, wer hat mich jetzt gesehen? Ernsthaft da hinten? Aua. Hey Mann, wo steckst du denn? Ja, nein. Fuck. Du bist zu spät war nicht. Hier sind zwei Stück direkt. Nur die beiden hier? Gut. Du willst also die harte Tour. Ich hab dich an der Hand getroffen. Also sei mal nicht so ne Pussy hier, ja? Okay, da hinten ist nur einer. Okay, da hinten ist nur einer. Das ist echt. Manchmal glaub ich echt. Das machen die mit Absicht. Ich hab noch einen Pfeil. noch einer. Wo bist du lang, mein Freund? Wo bist du lang, mein Freund? Mh-hm. 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 Muss ich eigentlich hier durch? Ach, ich komm hier rein. Okay. Okay. Ich glaub, Pfeile werde ich hier keine finden, ne? Hallo? Mh-hm. 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 Mh. Schau mal den hier unten. Mh-hm. Mh. 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 Ich will nichts sitzen. Mh. 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 okay ich glaube nicht dass sie noch gegner sind welcher längst irgendwas gehört schade ich hatte diesen taktischen vorteil ich den weg da jetzt runter gegangen bin aber eher weniger wo kommen die her sehr komisch dass das funktioniert hat wundert mich gerade echt ein bisschen aber gut auch die einfachsten tricks können funktionieren das hier sieht ganz gewaltig nach einer falle aus aber wird nahrung hier nehmen und dann so ist gut so ist gut so so super du solltest was essen du musst hungrig sein warst lange bewusstlos was ist das es ist wild mit etwas mensch als beilage nein nein versprochen es ist das hirschfleisch du bist ein mieses schwein so ein vorschnelles urteil wenn man bedenkt dass ihr auch tötet wie viel waren es die haben uns keine wahl gelassen und du denkst wir haben eine wahl ist es das ihr tötet um zu leben genau wie wir wir müssen für uns selbst sorgen und tun was notwendig ist na toll und was jetzt werdet ihr mich in kleine stücke hacken nicht unbedingt bitte sag mir deinen namen du bist komplett durchgeknallt ganz im gegenteil ich war ziemlich ehrlich zu dir aber jetzt bist du an der reihe es ist der einzige weg die anderen zu überzeugen überzeugen wovon dass du zu uns passt du hast herz du bist loyal und besonders oh oh Mist dummes kleines Miststück du machst es mir wirklich schwer dich leben zu lassen was soll ich denn jetzt den anderen sagen ehrlich was sag ihnen ellie war es die dir den scheiß finger gebrochen hat wie sagtest du noch kleine stücke wir sehen uns morgen die 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 Alle! Hey Snoozles! Einen wunderschönen guten Abend Snoozno. Schön, dass du einschaltest. Wie geht's dir? Willkommen zu The Last of Us. Ups, war die Taste. Warte, ich nehm so und so. Mir geht's auch gut, mir geht's auch gut. Mir geht's fantastisch. Außer es ein bisschen warm ist, aber... Mir geht's gut. Ja. Wie man so sieht, bin ich immer noch ein bisschen im... Last of Us Fieber. Oder das heißt Fieber oder im Interessensgebiet. Und ich finde, wir kommen auch relativ gut durch. Müssen wir hier raus? Hier kommen wir raus. Ah, jetzt noch was zum Lachen. Ja, mich freut's auch. Und wenn ich's richtig in Erinnerung habe, fällt auch nicht mehr allzu viel. Erli! Wo ist sie hingelaufen? Ja. Ja. Jetzt gerade mal der dritte Last of Us zu ihm. Und dann schon soweit. Ja gut, wenn man vier, fünf Stunden spielt am Stück, dann kommt man eigentlich auch relativ zügig voran. Also, die zweite Chance hat das Spiel definitiv verdient. So viel kann ich sagen. Es macht auch Spaß. Oh, verdammt. Ah, Mist. Damit hab ich das gar nicht gerechnet. Das ist nur ein Gewehrschuss. Wo ist sie? Hä, von wo wurde ich denn gesehen jetzt? Oh, bis ich jetzt noch mit dem Ziehen fertig bin hier, ne? Und dasselbe in den zweiten Mal gedacht. Ja. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Man muss sich, ähm, mit der, ähm, Mechanik so ein bisschen auseinandersetzen. Dann geht's eigentlich auch. Ei, ei, ei. Gott, deswegen gehen wir auf den Sack hier. Hatte ich auch schon erwähnt vorhin, dass ich das Gefühl habe, dass das Spiel... Also, die Klicker sind nicht der eigentliche Feind von den Menschen. Aber ist bei so einem Endzeit-Szenario eigentlich immer der Fall, ne? Ach, was haben wir für hier noch? Ach, was haben wir für hier noch? Wir haben noch eine schöne gute Nacht. Schlaf gut. Und wir sehen uns wieder, mein Freund. Mach's gut. Okay. Dankeschön. Oh, fuck, Mann. Oh, fuck, Mann. Scheiße! Ja, weg! Verdammt! Verdammt! ich bin jetzt so auf ellie eingespielt dass ich jetzt probleme mit sogar mit snooze sagen mit joel spielen kann du bleibst hier so das mädchen ist sie am leben welches mädchen ich kenne kein mädchen jetzt zieh mich an sie her ich hole die verdammte kniescheibe raus das mädchen sie lebt sie ist davids spielzeug in der stadt in der stadt jetzt wirst du es mir auf der karte zeigen es ist hoffentlich derselbe punkt auf den dein kumpel zeigt da ist es bestätigt das frage doch na los ich lege nicht verdammte scheiße man er hat jedoch alles gesagt von mir fährst du ein scheißdreck ich hab dich gewarnt ich bin infiziert ich bin infiziert wirklich und du auch genau da roll den ärmel hoch guck's dir an ich mach das spiel mal mit was hast du noch mal gesagt nichts passiert ohne grund ja was soll er ist das längst verwandelt die will uns nicht verdammt echt aus das wird ein spaß jetzt und wo ich brauche eine waffe okay und wo ob das irgendwas bringt keine ahnung aber die taschenlampe hat sie noch okay rucksack nicht aber taschenlampe alles klar oh verdammt Ah, doch. Da das Töten hier keine Erfahrungspunkte oder sowas bringt, gucke ich mal, dass ich das irgendwie so weitestgehend ohne hinkriege. Naja. Ich kann ja eh nicht viel reißen. Ich kann aber auch nicht viel reißen, dass ich hier an muss. Ich gehe einfach mal davon aus, ich glaube nicht, dass es hier richtig ist, oder? Ja, oder doch? Was war da noch? So war die Flasche noch. Ja, eher unwahrscheinlich, dass hier eine Waffe liegt. Oh, da oben ist einer. Oh, verdammt. Mistkerl. Autsch. Ah. Das lief jetzt überhaupt nicht so wie geplant. Oh, fuck. Oh, dieser scheiß Stuhl hier. Mann. Mann. Ei, karamba. Mann. 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 Hnet! Mann. das ist scheiße was soll ich bitte sagen ich will ein kleines mädchen ich bin ein kleines mädchen und ihr wollt mich umbringen warum was habe ich euch getan aber ich liebe das da war eine flasche ist der beste trick den man machen kann hier geht es nicht lang ich muss hier vorne rein okay problem werden wir haben schon ein problem bleibt wachsam findet sie natürlich es geht doch rein ali aber das glück jetzt natürlich sind beide jetzt wieder hier drin und ich mag die Jason Maske voll ja ich mag sie auch was ist denn jetzt hin also hier ging es auch noch rein ach da hinten es wäre schön wenn anstatt nur das Geräusch auch angezeigt wird von wo man irgendwo gesehen wird ja das geht mal um den Sack hier warum rücken die Munition raus oh Gott komm ich jemals aus dem Laden raus ja 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 die Logitein da verstehe ich jetzt nicht hä? was? hä? äh was? hi Serras wunderschönen guten Abend schön dass du einschaltest äh ja was passiert ist er weg einfach weggeploppt ha 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 wie geil plopp hä? hä? komm raus du feuchling da ist er hä? ha 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 what the fuck warum komm raus du feuchling ha 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 wunderschönen scheiße wie geil wie geil wie geil ja toll äh äh ich glaube der ist außerhalb seines Radius oder irgendwie so aus seiner Programmierung vielleicht ja gut ok muss es auch mal geben kommt der jetzt hier rein? ok da ist er oh der ist schlecht so jetzt nochmal willkommen Serras wie gehts dir? schön dass du einschaltest verschwinden wir nicht alle ab und an mal wenn unsere Programmierung nicht mehr will bot power äh ja äh aber das war ja eh schon cool sowas hatte ich noch nie wo soll ich hin? das war jetzt echt schon beeindruckend wo sind sie? auch soweit und selbst Plane vergibt jetzt mein nächstes EUW-Projekt ja hab ich schon gelesen du würdest irgendwie jede Klasse auf Level Maximum bringen oder irgendwie sowas? mir geht es aber soweit ganz gut ich bin grad in so einem kleinen ja wobei äh Last of Ass Fieber ist ein bisschen zu hoch gegriffen aber ich hab Bock auf dieses Spiel und ich werde auch das Spiel soweit es geht durchziehen und es fehlt ja nicht mehr viel also ich werde es wahrscheinlich durchziehen das ist fast fertig vier fehlen noch und davon ist einer schon fast fertig achso ja dann ach du machst das schon du machst das schon ok wir haben uns drei Medikits ich find's toll dass ich die Tasche nicht äh ich kann ja nix craften das ist ein bisschen doof alle berufe auf max ja mit äh über w.o.w. kannst du mit siri ja sehr gut reden ok ist erstmal nix du kannst nirgends hin willst du raus? dann hol dir doch den Schlüssel du bist nicht infiziert kein infizierter kämpft so hart um sein Leben das war gut Gleiter als nächstes spiel ich mit dem Gedanken als nächstes spiel ich mit dem Gedanken als nächstes spiel ich mit dem Gedanken alle Rassen des Todesgeschlechtskommies des Todesgeschlechtskommies der Ritter so von der Sonne zu bringen das wären 48 Karate scheiße nein tust du nicht dankes nur sitz uh ja das w in der es das wird in es wird es a in us mun A in M Da spürt ich eher, was, äh, was, weh, wo, hä? Scheiße. Natürlich. Verdammt, verdammt. Aber, damit hab ich das überhaupt nicht gerechnet. Damit hab ich das überhaupt nicht gerechnet. Ach, immer von hinten diese Wichser. Alter, Joel, schlag jetzt endlich. Alter. Boah, dass Trailer jetzt noch 20 Jahre, äh, taumeln muss, bevor er schlagen kann, ey. Ja, er sieht dich nicht, sondern spürt dich, nachdem du das Messer gepikst hast. Ja, das stimmt, Joel. Stimmt. Ich kann natürlich kein Medikett mehr halten, ey. Ach, ne. Dieser Wichser immer. Soviel zum Thema, du spielst erst gut. Mhm. Du warst die falsche Taste. Du bist tot, Arschloch! Dafür, dass ich tot bin, seh ich noch sehr, sehr lebendig aus. Ernsthaft? Wie kann's sein, dass Ellie One-Shot-Bogen hat? Joel aber nicht. Naja, egal. Das war jetzt immer Shit Happens. Da hab ich jetzt Scheiße gebohrt. Hab nicht aufgepasst. Kommt's irgendwie hoch? Nein, natürlich nicht. Das war jetzt die Tipp. Da hab ich noch einer gesehen. Da. Los, fäng der Kiefer! Komm! Da schläft noch. Das läuft noch. Das läuft noch.